Zum nächsten Wochenende geht ein mächtiges Hoch genau über Europa vor Anker. Im Grunde keine schlechten Voraussetzungen für Altweiberwetter. Ende September bedeutet Hochdruckwetter aber nicht mehr automatisch Sonnenschein. Zu dieser Jahreszeit ist die Lage des Hochs für das bei uns vorherrschende Wetter entscheidend. Liegt das Hoch zu weit nördlich, so gelangt zwar meist trockene, aber schon recht frische Luft nach Deutschland. Liegt es dagegen westlich, dann erwartet uns verbreitet recht feuchte, kühle und wolkige Nordseelluft. Auch bei einer zu südlichen Lage haben es Sonne und milde Luft vor allem im Norden schwer. Ein Hoch genau über unseren Köpfen wäre für Sonnenliebhaber ebenfalls nicht ideal. In den bereits recht langen Nächten bilden sich Nebelfelder. Da unter dem Hoch kaum Wind weht, erweisen sich diese dann schon als recht zäh. Ideal wäre hingegen ein Hoch knapp östlich von Deutschland. Dann könnte mit südlichen Winden warme Mittelmeerluft zu uns gelangen und anhaltender Nebel hätte kaum eine Chance. Es bleibt aber noch abzuwarten, wo das Hoch letztlich vor Anker geht. Im Wetterticker auf wetteronline.de halten wir Sie auf dem Laufenden.